Das war's für heute. Kommen Sie zurück! 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 Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren! Kommen Sie zurück! 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 Die Kursche! Vielen Dank! Die Kursche! Negative! Reconnaissance reporting! Animate enforcement approaching! Die Kursche! Attention! Main task complete! Retreat to the designated area! Roger! Anle! Greifen Sie die Küstenanlagen an! Anle! Greifen Sie die Küstenanlagen an! Anle! Greifen Sie die Küstenanlagen an! Bestanden! Dr. Schnell! Dr. Schnell! Jawohl! Hexler! Hexler! Er geht los! Vor der Hilfe an! Das war ein großartiges Gefecht. Kamerad, ich brauche Ihre Unterstützung! Kamerad, ich brauche Ihre Unterstützung! Jäger in der Luft! Rekordnisense reporting! Der 2nd Anilion 540 ist okay! Kai von Geeknag! Greifen Sie die Gettnerischen Flugzeuge an! Vielen Dank! Ich bin ganz gestört! Ich bin ganz gestört! Ich bin ganz gestört! Toll gemacht! Gegnerische Schlachtschiffe versenkt! Alle Stationen, brauche Feuerunterstützung! Bestätige! Abjähriger in der Luft! Greifen Gegner an! Ausgleich in der Luft! Ich bin ganz gestört! Gutes Spiel allesamt. Vielen Dank. Greifen Gegner an. Vordere Hilfe an! Vordere Hilfe an! Torpedos auf Backbord. Verpflicht nochmal. Torpedos auf Backbord. Reconocent's reporting. The third enemy reinforcement party is approaching. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versinkt. Torpedos auf Backbord. Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren. Problem gelöst. Achtung! Melde Zielposition. Gegnerische Zerstörer versinkt. Was? Sojer. Dreh'schiff. Dreh' er. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020